Der EZB-Zinshorror geht weiter. Alle Hoffnungen wurden gerade eben mit einem Schlag zertrümmert. Die EZB hat soeben den Leitzins um 0,25 Basispunkte angehoben auf nunmehr 4,5 Prozentpunkte Leitzinsen. Diese Leitzinsen werden dafür sorgen, dass es den Unternehmen deutlich schwerer gemacht wird, ihre Kredite zu günstigen Konditionen zu beschaffen und die Häuslebauer haben nun den Traum vom Eigenheim ausgeträumt. Was es mit der Zinsentscheidung auf sich hat und welche Konsequenzen das für uns alle haben wird, schauen wir uns im heutigen Video an. Mein Name ist Dominik Kettner und ich freue mich mit Ihnen heute in diesem Video darüber zu sprechen, welche Informationen Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, gerade eben verlautbaren lassen hat und was dies für uns alle bedeutet. Wie wir diese Art Grafik entnehmen können, ist das nun die zehnte Zinserhöhung in Folge. Wie einst Don Quijob mit seinen Windmühlenflügeln hat die EZB den Kampf ohne Rücksicht auf Verluste gegen die Inflation angetreten. Ohne Rücksicht auf Verluste bedeutet auch ohne Rücksicht auf die Wirtschaft, ohne Rücksicht auf die Arbeitsplätze und ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für die Sparer, also Sie und mich. Die Rezession hat Deutschland und die Eurozone fest im Griff und wird die deutsche Wirtschaft an die Wand fahren, wenn man weiterhin daran festhält, die Zinsen nach oben zu ziehen, um das Schreckensgesprenz der Inflation einzufangen. Doch das wird nicht gelingen, denn wir haben weiterhin eine erhöhte Inflation von nunmehr 5,3% in der gesamten Eurozone und das sind nur die offiziellen Zahlen und sind nicht die Zahlen der Realinflation, die die Menschen wirklich spüren. Denn eine gefühlte Inflation in Deutschland von 18% ist das, was selbst die Tagesschau ermittelt hatte. Wie wir in der nächsten Grafik sehen können, ist der Traum vom Eigenheim mit den Zinsschritten, und zwar nun den zehnten Zinsschritt, für die meisten Deutschen tatsächlich zerstört worden. Denn es ist einfach nicht mehr leistbar, sich eine bezahlbare Immobilie in Deutschland bei diesem Zinsumfeld zu leisten. Ein Otto-Normalbürger oder Otto-Normalverbraucher und Sparer kann schlichtweg nicht 4 oder 5% Zinsen zahlen bei den gestiegenen Baukosten, den gestiegenen Handwerkskosten, den gestiegenen Grundstückspreisen als Konsequenz der Gelddruckorgie in den letzten drei Jahren während des großen Cs. Spannend ist allerdings dabei, dass selbst die Banker mittlerweile beginnen, Alarm zu schlagen. Und hier spreche ich nicht von den Zentralbankern, wie beispielsweise Christine Lagarde, sondern hier einem Analysten der DZ-Bank, der sagte, der Immobilienmarkt steht still, weil sich Anlegen, Bauen, Sanieren und Umnutzen nicht rechnet. Dazu kommen dann noch irrsinnige Klimaauflagen und hohe Steuern, sodass das Wohnen immer weniger schmackhaft wird. Wir können also bald nicht mal mehr entscheiden, welche Heizung wir einbauen oder gar, ob wir vielleicht in unserem Eigenheim bleiben dürfen. Wer weiß, was dieser Ampelregierung in den nächsten Jahren noch einfällt. Das Ganze gleicht schlichtweg einer Enteignung, wenn man durch höhere Kosten, höhere Steuern, höhere Auflagen und ein höheres Zinsumfeld dafür sorgt, dass es vielen Menschen einfach nicht mehr möglich ist, ihre Immobilie und ihre Lebenskosten zu tragen. Geschweige denn, davon zu sprechen, wie es den Menschen im Alter in Deutschland geht, mit einer Altersarmut, die in Deutschland ein Maximum erreicht hat, ist das auch eine Konsequenz dieser schlimmen Politik. Selbst Deutschlands Unternehmer beginnen langsam aufzuwachen. Nicht nur ein Wolfgang Krupp oder meine Wenigkeit gehen in die Öffentlichkeit und schlagen Alarm. In dieser Grafik sehen wir, dass der IFO-Geschäftsklimaindex, der wichtigste Frühindikator für die deutsche Konjunktur, seit Mai auf dem Weg nach unten ist. Was uns also zeigt, dass die Wirtschaft im Sinkflug ist und wir dürfen damit rechnen, so zumindest die meisten Experten, dass mindestens bis Ende des Jahres die Rezession in Deutschland noch anhält. Die Konsequenzen daraus werden wir auch im Jahr 2024 und in den folgenden Jahren spüren. Denn die hohen Zinsen bedeuten schlichtweg nichts anderes, als dass es immer teurer wird, Geld zu beschaffen, also dass die Kosten steigen. Wenn die Kosten steigen und die Unternehmen keine höhere Profitabilität haben, dann müssen sie auch irgendwann Menschen entlassen. Angefeuert von der gigantischen Inflation und nun den gigantisch steigenden Zinsen sehen immer mehr Probleme in der deutschen Wirtschaft auf sich zukommen. Diese Schwierigkeiten könnten tatsächlich zu einem Sterben im Mittelstand führen. All das wurde uns bereits jahrelang von einer gewissen Agenda vorgegaukelt. Und schauen wir uns nun mal dieser Grafik an, was es bedeutet. Denn hohe Zinsen bedeuten am Ende weniger Investitionen. Und weniger Investitionen bedeuten vor allem auch weniger privaten Konsum. Ergo auch weniger Steuereinnahmen für die deutsche Wirtschaft und für alle Wirtschaften in der EU. Der Wirtschaftsdienst Bloomberg befragte seine Top-Ökonomen und alle sind zu einer sehr einheitlichen Meinung gekommen. Denn dabei hieß es, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bis Ende 2023 weiter schrumpfen wird. Das gesamte Jahr 2023 erwartet man noch mit minus 0,3 bis minus 0,5 Prozent schrumpfender Wirtschaft. Also einer Rezession. Anders als es uns Robert Habeck und der deutsche Bundeskanzler Anfang dieses Jahres noch gesagt haben. Die Auswirkungen der sehr strikten EZB-Zinspolitik werden erst mit einem Zeitversatz spürbar. Das ist es, warum die Menschen nicht sofort bemerkt haben, was hier für ein Spiel läuft. Viele haben also nicht direkt die Konsequenz gespürt. Ähnlich wie bei der Inflation, also wenn man viel Geld druckt, dauert es meist ein bis anderthalb Jahre, bis die Konsequenzen real in der Wirtschaft, also beim einzelnen Steuerzahler und beim Sparer ankommen. Die Reserven sind nämlich aufgebraucht, wie wir in dieser Grafik sehen können und der Konsum nimmt rapide ab. Die Inflation bleibt weiterhin hoch bei 5,3 Prozent im Euro-Raum und das sind nur die offiziellen Raten. Wir wissen, wie einfach man den Warenkorb verfälschen kann und dass dies auch getan wird, habe ich bereits in diesem Video hier erklärt. Die EZB hat also ihr Hauptziel verfälscht, die Inflation zu bekämpfen und auf ein langfristiges Ziel von 2 Prozent zurückzugewinnen. Im Gegenteil, man schafft es, die Wirtschaft zu vernichten, die Inflation weiterhin hochzuhalten, in einem Stagflationszeitalter dafür zu sorgen, dass die Märkte kurz vor dem Kollaps stehen, einzig und allein ein kleiner Hoffnungsschimmer im Anlagebereich bleibt und zwar das, woran die Zentralbanken selbst am meisten investieren. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, was das ist, werde ich hier jetzt gleich Rede und Antwort stehen. Doch zuvor sollten wir uns noch mal genauer anschauen, was mit dem Bausektor derzeit passiert. Denn die Baubranche befindet sich in der schlimmsten Lage seit über zwölf Jahren. Die Auftragseingänge sind eingebrochen, Bauunternehmen und Bauträger gehen reihenweise pleite. Aus China kommen die zwei größten Immobilienkonzerne wie eine düstere Wolke auf Europa zugezogen und selbst in den USA brechen die Bauaufträge ein, weil sich die Menschen schlichtweg ihr Eigenheim nicht mehr leisten können. 3.000 Dollar im Schnitt pro Monat auf jeden Amerikaner umgerechnet kostet es derzeit in den USA, sich monatlich einen Kredit zu leisten für ein Eigenheim. Wer soll das also im Durchschnitt bezahlen können? Ob unsere Wirtschaft noch zu retten ist, diese Antwort kann ich Ihnen nicht geben, aber zu meinem Hoffnungsschimmer zurück. Mein Hoffnungsschimmer, der glänzt und ist genau das, was die Zentralbanken selbst tun. Denn im letzten Jahr haben die Zentralbanken ein 55-Jahres-Hoch in der Goldnachfrage erzeugt. Die Goldnachfrage also damit befeuert, dass man selbst Misstrauen in sein eigenes Produkt gibt und zwar ins Papiergeld, ins Fiatgeld, also das Geld, das man selbst erzeugt und man kauft sich durch das frisch gedruckte Geld zeitgleich physische Goldbestände. Speziell die Schwellenländer und die BRICS-Staaten haben hier die Nachfrage befeuert und genau das ist es, was im Westen schiefläuft. Denn die Zentralbanken haben nicht auf dem Radar gehabt, welch wichtiges Bündnis hier entsteht und wo die Machtverhältnisse auf dieser Welt hinlaufen. In diesem Vortrag zeige ich die Enteignungspläne der Bundesregierung auf und für jeden, der sich gegen die Inflation absichern möchte, habe ich ein kostenloses Inflationsschutzpapier mit unserer Redaktion gemeinsam für Sie erstellt. Laden Sie es sich gerne kostenlos runter, andere verkaufen sowas, wir geben es kostenlos an Sie raus. Vielen Dank, bis zum nächsten Video, Ihr Dominik Hettner.